Hi guys and welcome to a new video. Mein Name ist SJ Hart, fäng ich vor Tsing. So ihr Lieben, heute spielen wir ein Spiel, was ich jetzt nur einmal mit dem englischen Video gespielt habe. Es heißt Der Gentleman. Es ist ein bisschen anders, als ich das erwartet habe. Ich habe mir da was anderes runter vorgestellt, als ich das gesehen habe. Aber es ist trotzdem cool und ja, wir fangen einfach an. So, ich bin dieser gruselige Typ und ich muss jetzt hier rumlaufen. Und ja, wenn ich das mache, dann springe ich halt mit meinem Gegenschirm. So, wir gehen jetzt hier einmal rum. Und hier, es zählt einfach gar nichts. Er kann einfach machen, was er möchte, wie ihr seht. Das Spiel ist echt cool. So, jetzt müssen wir wieder fliegen. Oh, ey, da habe ich auch schon gerade verkackt. Ich glaube es einfach nicht. Wieso kann ich das nicht? Okay, nochmal. Ganz ruhig. Zweimal. Los. Ich dachte, er wird sterben, ey. Okay, eins, zwei, nein. Wieso? Okay, okay, okay. Was? Das geht nach oben? Ey, hier bin ich blöd. Ey, das habe ich gar nicht gemerkt. Ich dachte, ich durfte es nicht anfassen. Okay, das war aber auf jeden Fall gut. Jetzt haben wir... Uh, ja, jetzt müssen wir wieder rollen. Los, roll. Guckt euch das an, ey, wie der einfach rollt. Das ist einfach nur geil, ne? Ich will auch so rollen können. So. Ah, ja, jetzt kommt wieder dieser... Ja, seht, guckt euch das mal an. Der stirbt. Soll ich euch das mal zeigen? Der stirbt vom Wasser. Das ist unglaublich. Guckt euch das an. Dann ist er tot. Weil er vom Wasser berührt wurde. Stell dich mal vor, das wäre echt so, ey. Jeder wäre voll gearscht. Geh, los. Los, wir bringen dich da durch. Du wirst nicht sterben. Oh. Okay, doch nicht. Er ist nicht gestorben. Los, los, los. Du musst schneller sein. Tür, Tür, Tür. Ja, jetzt regnet es aber auf den Singapur. Er stirbt nicht. Das ist echt krass, oder? Oh, hallo. Ach so, ja. Äh... Ne, ne, ne. Ja, okay. Kein Problem. Töte mich einfach. Ich hab nichts getan. Okay, ich brauch diesen Schlüssel. Mann! Ey, das ist echt schwer. Wieso? Okay. Hoch, runter, hoch, runter. Jetzt. Siehst du, wir mussten uns noch nicht mal mit ihm anlegen. Ganz ruhig. Ähm... To all problems there is an elegant solution. Ja. Ja. Ah. Toll. Ne? Vielen Dank auch. Ähm... Aber wir haben schon wieder so einen aggressiven Menschen, ne? Das gibt's doch einfach nicht. Boah, ich hab's geschafft. Blablabla. Okay. Gentlemen sehen, was andere nicht sehen. Aber ich bin kein Mann. Ist das schlimm? Äh... Eins, zwei, drei... Shit. Ich hab mich voll an die Birne getroffen. Hoch, runter, jetzt. Puh. Was soll ich jetzt hier machen? Ich hab... Ich check das einfach nicht. Okay. Äh, jetzt. Ich versteh das Spiel nicht. Also das Level versteh ich nicht. Okay, nochmal. So. Er ist jetzt hoch. Jetzt geh ich hier weg. Bla bla. Ja. Ja. Und jetzt? Links, rechts, links, rechts. Ich hab keine Ahnung. Ähm... Jetzt? Hä? Weiß ich... Boah, krass. Was war das? Ja, geil. Ja, geil. Ich hab's geschafft. Cool. Das hat mich... Was? Wie lange hat das gedauert? Warte? Okay. Äh... Das ist eine Ratte. Iiii. Okay. Äh, jetzt. Und jetzt? Jetzt springen wir über die Ratte. Und was? Wow. Das war nicht geplant. Jetzt. Und jetzt holen wir uns den Schlüssel. Oh. Fuck, 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 fuck. Nein, nein, nein! Nein! Mann! Okay. Nein! Okay, doch. Gentleman follows the right way. Flip! Okay. Den richtigen Weg. Den rech... Den rechten Weg. Den rechten Weg! Ja! Okay. Ich hab's gecheckt. So. Wir gehen hier mal hin. Boah, krass, boah, krass, boah, krass. Ciao. Ich hasse das. Okay, wir sind jetzt bei welchem Level? Das ist jetzt unser letztes Level. Oh mein Gott. Okay. So. Was muss ich jetzt hier machen? Oh. Verdammt. Das war nicht gut, ne? Okay, nochmal. Nein, nein, nein. Hoch, hoch, hoch. Hä? Was soll ich hier machen? Hallo? Oh. Flip, klops. Bin wieder gestorben. Okay. Warte für die Uhr. Ja, die Uhr macht aber einen scheiß Dreieck. Hä? Und wir rennen und wir rennen. Wieso verfolgt mich diese Wolke? Das regt mich gerade sowas von auf. Das ist echt nervig. Ja, also soweit bin ich auch gerade gekommen. Jetzt sollten wir eigentlich aufhören. Machen wir noch ein Level oder nicht? Nein, ich glaube nicht. Also es gab 50 Level, glaube ich, habe ich gesehen. Also können wir das gerne nochmal spielen und weiterspielen und gucken was passiert. Und ja, ich hoffe euch hat das Video gefallen und wenn es das getan hat, gebt uns Daumen nach oben. Und ja, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Ciao! 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 Ciao!